Na, weil alles andere macht keinen Sinn. Sehr schön. Hier haben wir wieder so ein blutiges Ding. Was haben wir hier? Oh, eine Batterie. Batterie ist immer gut. So, von wo kam ich denn und wo muss ich hin? Okay, wir sind von da gekommen. Dann gucken wir mal hier in den nächsten Klassenraum. Was haben wir hier? Äh, 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 ach so, okay. Äh, 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 ach so, das ist einfach nur ein Buch, äh, oder, oder, ups, ein Schriftstück, was diese Schule ausmacht und so, das müssen wir uns jetzt aber nicht durchlesen. So. So. Was haben wir denn hier? Äh, ähm, äh, eine, eine Notiz von jemandem. Look, this is become stupid now. Also irgendwas ist doof. Das mit dem Tränen habe ich noch nicht rausgekriegt. I understand the recent investigation have put everyone on edge. Also die Untersuchung hat irgendwie jeden an den Rand gebracht. But we do really need to add the stupid lock onto the B-Site Corridor. Aber wir brauchen wirklich dieses dumme Schloss vom B-Site Corridor. Was auch immer das ist. I'm not going to walk to the kitchen every time to get the code. Wir müssen in Küche um irgendeinen Code zu bekommen. What's even the point of this? Also was ist der Grund dafür? Und ein anderer Grund. It would be nice if someone update me on the change. Es wäre echt nett, wenn uns jemand über Veränderungen informieren würde. The amount of times I had to go back to the kitchen because it changed every day. It's stupid. Ah, okay. Also irgendwie tut sich das Schloss oder der Code jedes Mal ändern. Oh, in der Batterie. Ja, dann ändert sich halt der Code. Dann musstet ihr den halt jeden Tag neu holen. Und wer von euch hat das hier hingeschmissen? Ich habe gesagt, ihr werdet nicht in der Schule. Ich muss erstmal was trinken. Ich werde nichts trinken. Das sieht ein bisschen versifft aus. So, Flashlight an. Braucht man eigentlich nicht. Oh Gott. Ähm, ja. Ich würde sagen... Ich würde sagen... Das ist schon so richtig. Ne, wir müssen erst in die Küche gehen. Wir gehen mal gucken, ob wir die Küche finden. Oh, Verzeihung. Dodge ein bisschen die Kitzel. Classroom, schon wieder? Hey, eine Batterie. Und ein Schlüssel. Warum auch unnommen? Click on the Simples. Was? Äh, ciao. Geh mal weg. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Geh weg, Alter. Geh weg. Alter. Geh mal weg. Alter, hab ich jetzt aber mich erschrocken. Ja, bleib einfach in der Ecke stehen. Du bist ein böses Mädchen. Klingt echt verkehrt, aber... Hä? Shit. Darf man das sagen? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Ähm. Woher soll ich denn diesen komischen Code wissen? Ich mach einfach die Tür auf. Komm. Wir klopfen einfach mal freundlich an. Nö. Lass mich in Ruhe. Shit. Wo ist denn diese verfluchte Küche? Ich weiß es nicht. Küche? Warte mal. Hier. Küche? Nee, Klassenraum. Ich sperr mich jetzt einfach hier ein. So. Eine Brille. Okay, die wurde zerstört und irgendwie mit Blut bedingst. Äh. Scheint, dass er irgendeinem Kind gehört hat. Oder Harry Potter. Ich bin für Harry Potter. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Warte mal. Ich mach mal Flashlight aus. Äh. Ich will nicht mehr da raus. Ich bleib einfach jetzt so da, wo ich bin. Und dann, nö, nö. Ihr könnt euch ja den Rest einfach denken, würde ich sagen. Hi. Alter, was? Ja, ich würd sagen, ich bin dann einfach mal tot gewesen. Ja, ja, das wissen wir jetzt schon mittlerweile. Okay, alles klar. Ich muss gucken, wie ich zur Küche komme. Shit. Wir gehen einfach mal hier lang. Äh. 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 Okay, das hatten wir schon. Das kann ich, ach doch, kann ich doch nochmal aufnehmen. So. Und weiter geht's. Weiter geht's. Oh weh, die kommt jetzt hier nochmal. So. Weiter geht's. Weiter geht's. Ähm. So. Da haben wir das. Ich weiß auch nicht, für was dieser Schlüssel sein soll. Oh. Alter, jedes Mal. Die ist doch nicht ganz sauber. Lass mich in Ruhe. Geh. Alter, es ist 18.51 Uhr. Du musst schlafen. Geh einfach schlafen. Ich komm hier nicht rein. Ich komm hier nicht raus. Ich komm hier nicht rein. Ich komm hier nicht raus. Nein. 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 Oder? Nee, da waren wir auch schon drinnen. Shit. Woher soll ich denn das wissen? Okay. Wartet mal. Klick und... Ich kann nicht mal auf die... auf die Symbols klicken. Oh doch, jetzt... Warte mal. Stopp. Okay, also das, das, das... Nein, das, das, das... Das und das. Oh Gott. Oh nein. Wenn wir eins falsch haben, müssen wir... Oh nein. Oh, komm schon. Nein. Nein. So. Damit können wir auch nicht anfangen. Alles klar. Das ist auch falsch. Wunderbar. Ich kann es tatsächlich nur... rausfinden. Hä? Habe ich nicht schon alle gedrückt? Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Alter. Ähm. Gut, alles klar. Ist das der Schlüssel vielleicht für hier? Äh, äh. Oh, meine Maus ist aus dem Spiel getappt. Oh nein. Shit. Haha. Äh, meine... Meine Ma... Äh, hallo? Äh, hallo Maus? Maus? Jetzt... Jetzt bin ich wieder drin. Ähm. Dafür ist der Schlüssel. Shit. Wo war ich? Wo habe ich den Schlüssel gefunden? Äh. Danke an alle, die... Die, 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 die... Da ist der Sledgehammer. Den braucht man nicht. Danke an alle, die dafür beigetragen haben. Ähm. Dass wir das Ziel erreichen. Aber ich werde jetzt nichts ändern, weil... Ich hasse dieses komische kleine Kind. Unser, unser, unser Ich. Ich brauch, ich brauch, ich brauch... Ich brauch Dingsda, Bumsda. Ähm. Da ist der Schlüssel. So. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Ja, 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 ich weiß, du hast Hunger und hast sie nicht gesehen. Ich mach einfach jetzt hier auf. Ciao. Mach's gut. Ähm. Ja, ach, hier ist die Küche. Aber, aha, wartet. Ich bin clever. Ich bin clever. So. Ich mach einfach nämlich ein Foto. So. Haben wir noch irgendwas hier? Ähm. Warte mal, da liegt ein Geschenk. Nee, es ist kein Geschenk. Ich will jetzt nicht schon wieder sterben. Das ist doof. Ach, nö, nö. Mädel. Mädel, lass mich in Ruhe. Nein. Ciao. Mach's gut. Have a nice day. Ach, komm schon. Ja, gut, ne. Ich würd sagen, die hat uns jetzt einfach mal eingekesselt. Ich bleib einfach hier stehen. So. Was würd ich jetzt sagen? Ähm. Sie hat von alleine die Tür zugemacht. Das ist, ähm, auf jeden Fall schon mal, schon mal gut, ne. So, jetzt muss ich erst mal gucken, was haben wir denn hier alles? Schlossi, danke für dein Teamherz. Danke für deine Rosen. Ähm. Charlie, danke für deine Rosen. Hab ich glaube ich vorhin schon mal. Amelia. Äh. Danke für dein Teamherz. Für die Rosen. Für den Babyfuchs. Für die Galaxie. Ja, kann man mal machen. Muss man aber nicht, ne. Schneechen für deine Rosen. Für die anderen Rosen. Für. Wadwal tauchen. Alles klar, ich bin fett. Gab's. Verstanden? Das ist okay. Ähm. Ja gut. Ja. Ähm. Also danke an alle, die halt mich unterstützen. Ich sagte immer so, oh, was hab ich denn hier gemacht? Ach so. Ich bin gerade woanders drin, ne. Also ich bin gerade im Dings drin, ne. Ich bin halt echt, ähm. Ich bin halt, ja. Keine Ahnung. Ich mach jetzt hier einfach mal. Ähm. So. Das ist schön, wenn man zwei Monitore hat, dann kann man ja doch noch mal. Ich hab einfach mal ein neues Live-CM macht, ne. Und dann, so. Weiter geht's. Ja. Das ist jetzt, jetzt, jetzt überlege ich gerade, ob es sinnvoll ist. Ich weiß halt nicht, wenn wir jetzt sterben, ob sich der Code dann ändert. Das ist das Problem, was ich habe. Na. Das ist gerade echt so. Puh. Ich will nicht, dass sich der Code ändert. Ach, meine. Ach, die ist immer noch. Die ist immer noch nicht weg. Ja gut, okay. Wir machen keine Live-Ziele mehr. Das eskaliert. Ja toll, was mach ich denn jetzt? Hm. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeschmissen, weil... Ich nicht weiß, was ich machen soll. Ähm. Puh. Es ist... Es ist... Es ist doof, weil ich halt keine Ahnung hab. Hm. 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 Wie komme ich da am besten Wie komme ich da am besten jetzt Vorbei Das ist das große Das ist das große Das ist die große Frage Die ich mir jetzt stelle Wie komme ich an der Tante vorbei Ohne dass Ohne dass uns hier Hallo Ciao Komm mal her Komm mal her Komm Guck mal hier gibt es lecker Snickers und so Hallo Hallo Warum Vom Tür auf und zu machen wird es auch nicht besser Scheiße Ich habe ein Problem Wie mache ich das Hm Shit Ach manu Ach das ist doch kacke Hallo Ja komm Komm Na komm Komm Nein ich häng fest Shit Shit verdammt Wir probieren jetzt was aus Ich habe das Foto Ja 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 Genau genau Ja ja Wir finden Wir finden den Weg Ich schwöre Wir finden den Weg Ähm Ähm Shit wo war denn das nochmal Da hinten irgendwie So Das war hier Jetzt probiere ich das mal mit dem Code den ich hier abfotografiert hab Da müsste er jetzt eigentlich wieder auftauchen Glaube ich Oder auch nicht Ist voll okay So hier Click to the symbols Ja ich klicke to the symbols Na Ich habe gesagt ich klicke to the symbols Wir haben ein Dreieck Das war mir vollkommen klar Das funktioniert gar nicht Okay Das haben wir Hm Und da ist es wieder weg Stern 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 Das Nein Stern Das Das Nein Stern Das 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 Und Das Das Stern, das, nein, Stern, das, das, nein, Stern, das, 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 nein, das, 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 und das, das ist falsch, das, 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 das ist falsch, das, das, nein, das, 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 das auch nicht, habe ich Stern, okay, Stern, das, 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 oh, Stern, das, 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 Stern, das, 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 und das, ja, gut, na, ist das jetzt offen, es ist offen, ich habe das so rausgekriegt, nein, sie ist wieder da, hat sie nicht gemacht, na, toll, oh, das Ende, schön, wir haben Jimmy getötet, hier ist der Jimmy, ja, ich glaube schon, hallo, jessica, mhm, ich denke, du musst mit uns kommen, ach, ne, eigentlich nicht, mhm, ich muss nicht erklären, ich habe nicht gemacht, das war auch, es ist zu Ende, krass, ich weiß, glaube ich, dass ich Vielen Dank.